Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind mal wieder im Zillertal unterwegs auf den Wimbach Kogel. Aufstieg diesmal aber ein bisschen anders, weil noch weniger Lifte laufen. Es ist ziemlich kalt. Der Schnee knirscht aber richtig geil und das Panorama ist sagenhaft. Wetter könnte nicht besser sein, nur ein bisschen wärmer vielleicht. Aber gut, frieren tut ihr hinterm Bildschirm? Tja, vermutlich nicht und von dem her dürfen wir nicht so viel jammern. Aber wir sind auch gut verpflegt. Der Aufstieg ist erstmal noch ziemlich flach, dann geht es für uns kurz durch die Felsen durch. Aber weit ist es in Summe nicht. Wie viele Höhenmeter werden es sein? 300? Alles miteinander, so 700 und ungefähr so 350. Cool oder? Super. Also 350, weil wir fahren dann weiter runter und müssen dann, nachdem wir abgefahren sind, wieder ein Stückchen aufsteigen. Krass ist die Ruhe. Ja, die Ruhe ist echt super fein. Und das Wetter ist halt wirklich krass. Schöner geht es einfach nicht. Unvorstellbar, aber im Februar ist die Sonne schon so stark. Da geht es bei starke Minusgrade, dass man so aufsteigt. Im Dezember war es nicht möglich. Das ist hinneutig. Das ist hinneutig echt, ja. Run your turn. Und da oben sieht man jetzt auch schon, wo unsere Reise hingeht. Seht ihr es? Oben links, da kann man das Kreuz schon sehen. Und da wird es riech, gell? Ja. Servus. Servus. So, oben sind wir. Juhu. Kleiner Gippelschwenk gibt es jetzt trotzdem. Den kennt ihr zwar schon, aber heute ist es wirklich bombige Aussicht. Der Martin fachsimpelt schon für die nächsten Touren. Wir sind froh, wenn es wieder ein Stückchen runter geht, weil hier oben ist es saukahl. Drei Pachtel sind wir, gell? Ein oder mehr oder weniger. Da geht es ein bisschen besser vom Wind. Oben war es unangenehm. Und wenn man dann etwas umgelangen muss. Ich habe hier so Bike-Hunt, Winter-Hunt-Shareway zu. Schon ganz praktisch. Und jetzt lassen wir es kachen, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Hier unten ist es viel wärmer und jausend. Das war's von uns, wir hoffen es hat euch gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und ja jetzt warten wir dann schon wieder die nächsten Abenteuer. Morgen geht es weiter, jetzt sind wir schon wieder zurück im Skigebiet, es war echt cool heute. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, was da noch möglich ist, man meint es gar nicht. Und ja, die Nacht passt damit aufwärmen, weil es war echt kalt. Tschüss. Ciao. Ciao.